Man hat den Eindruck, Ronny Gaboschewski ist sehr motiviert und auch richtig austrainiert aus der Sommerpause gekommen. Täuscht der Eindruck? Ne, also ich war ja nicht so ganz zufrieden mit der Rückrunde, wo ich hier war. War halt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und hab halt ein bisschen mehr gemacht im Urlaub, als was unser Trainingsplan vorgab. Und ja, fühl mich jetzt gut. Wir haben noch zweieinhalb Wochen Zeit. Heißes weiterhin Gas geben und das Niveau noch ein bisschen steigern. Wie muss man sich diese Zusatzschichten vorstellen konkret? Naja, also mit Urlaub war nicht so viel. Ich hab halt jeden Tag kräftige Läufe gemacht, dass ich einfach in einem anderen Fitnesszustand wieder zurück nach Cottbus komme. Und ja, hat mir ganz gut getan. Was haben Sie sich für die kommende Saison vorgenommen? Ach, ich sag mal, wir wollen uns einfach verbessern im Gegensatz zur letzten Saison. Also wir wollen uns tabellarisch verbessern, als wir da letztes Jahr angekommen sind. Und dann hat natürlich jeder auch persönliche Ziele. Also meine Bilanz soll natürlich nicht ganz andere sein als in der Rückrunde hier. Und ich will natürlich der Mannschaft mit vielen Toren und einfach mit guten Spielen helfen.